Wir waren die einzigen Zecken, die hier im Viertel unterwegs waren. Eine ganz komische Koexistenz, weil man kann sich ja nicht den ganzen Tag auf die Fresse hauen. Wir haben halt wirklich das Privileg, wir kommen einfach hier raus. Ich konnte es durch Saalfeld wirklich ohne CS-Gas nicht laufen. In meinem tatsächlichen Leben bin ich Ergotherapeut. Bei meiner neuen Tätigkeit als Produktentwickler schaue ich mir an, was der Markt so hergibt für Schülerinnen und Schüler. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Kids Musik interessiert sind. Hier, offene, vier geklossene. Wenn man einen Doktortitel hat, trifft jemand mit zwei Doktortiteln, dann denkt man, oh, vielleicht muss ich da doch nochmal nachlegen. Sie sind ja ein besonderer Student. Ich bin Krankenpfleger auf einer Intensivstation. Es gibt viele traurige Momente, da habe ich natürlich dann das perfekte Ventil. Also da war wirklich überhaupt kein künstlerischer Tatendrang oder irgendwie dahinter, sondern wirklich nur so eine Wut, die man loswerden wollte und eine Meinung, die man rausschreien wollte. Insofern hat sich die Haltung eine Band gesucht und nicht die Band eine Haltung.